Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, es geht weiter hier bei der Festung des Galoppierers Halloween 2023. Ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Rennen weiter und das ist das Rennen beim Kugelscheuchenberg. Das muss da eigentlich der älteren Star Stable Generation geläufig sein, deswegen werde ich jetzt einfach nicht wirklich vorlesen, weil man hat ja im letzten Video schon gesehen, dass die NPC sowieso wieder nur dasselbe sagen. Okay, es regnet, es donnert, es ist etwas heller. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, was eine Lache. Das war vorher noch nicht und die Krähen waren vorher auch noch nicht. Es ist aber ein schönes Feature. Und die neue Musik ist auch schön. Oh. 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 Das ist auch neu. Interessant. Das ist ja interessant. Okay, okay, okay. Okay, und diesmal müssen wir weiter runter. Interessant. Das ist cool. Ah. Diesmal müssen wir bis aufs Golden Hills raus. Interessant. Das ist schon beinahe gut zu wissen. Interessant. Schön. Machen wir das Ganze gleich nochmal. Jetzt bin ich da. Das ist eine Lache. Diesmal bin ich da wenigstens auf alles vor, weil es auch den da umliegt. Und dann. Das ist eine Lache. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Wo man scheint fast genauso wie vor der Überarbeitung auf der Innenbreite einfacher nach unten zu kommen. Dass diese Vögel natürlich genau zwischen dieser Lücke durchlaufen. Wie man selber durchlaufen wollte, darum hat es echt kranker und gemein. Aber, naja, was will man machen. Oh Gott! Scheiße! Okay. Was soll ich denn dazu sagen? Soviel zum neuen, überarbeiteten, verlängerten Rennen des Vogelscheuchenbergs, finde ich sehr cool, kann man öfter mal machen sowas, finde ich gut. Ja, ihr Lieben, dann soll es das an dieser Stelle schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich bin bin. Soviel. Amen. Amen.